Ich würde ihn so knabbar hinkriegen. Den schieben wir doch weg hier. Aaaaaaah, jedoch. Ich sehe nur noch Himmel. Easy, war da was? Wo ist der Watt? Da, mach mal hier noch auf die Straße lenken. Habe ich freie Atomdrehung, aber nicht. Also Caps sind beschädigt. Feuer frei, wenn du irgendwas siehst. Ja, links ist grad frei und rechts ist frei. Hey, das ist der leise Diesel. Lieber, hier Heide machen. Ja, vorne an der Kreuzung fahren da ein Stück, dass wir hier ein bisschen mehr sehen können. Infanterie vor uns, rechte Seite, circa 200. Wirf grad rauf. Ja, da gegenüber Ende der Straße läuft dann nach links. Sehr gut, sehr gut. Mach mal noch 5 Meter vor, bitte. Verstanden. Verstanden. Es ist ein bisschen schade, dass er nicht pingen kann. Kannst du doch. Kann ich so nen Schnellping machen? Nee, dann kannst du mit der Taktik gleichreißen. Du kannst umstellen. Nee, nee, du kannst umstellen. Ähm, in den Controls. Da kannst du den Observe Mark auf ne Taste legen. Ah ok, das ist natürlich schlau. Das ist ein bisschen schase mit der MG Munition. Ende der Straße wieder einer, offenes Feld, geht nach links. Ja genau, jetzt hab ich da. Ist am Haus, ist am Haus. Ich bin mir nicht sicher, ob der down ist hinter diesen roten Kasten. Da läuft wieder einer nach links. Wir kreuzen alle nach links Ende der Straße. Ja, aber ich hab den Stock mit dem Fenster. Ja. Mittleres Fenster, HE. Hab keiner. Ja, ich muss grad schon wieder gucken, wie ich die Gronade geändert habe. Oben ein Stock, mittleres Fenster. Ja bitte, was hast du gesagt? Das Haus vor uns links, das weiß-graue, zweiter Stock, mittleres Fenster. Gebt nochmal eine HE rein. Direkt vor uns, direkt vor uns. Direkt vor uns, um die Häuser-Ecke. Jo, schieß mal den Typen da tot. Dankeschön, gut gemacht SpotBead. Danke. Gute Arbeit. Zum Erdgeschossen, gelaufen nach links. Rotes Backsteinhaus. Einfach mal durchprobieren. Ja, ist halt sehr gut. Ich bin halt 12 Uhr im Blick. Smoke kommt. Smoke kommt wieder, ja. Reparatur. Wie geht das mit der Reparatur? Kann ich einfach aussteigen und reparieren? Aussteigen. Okay, Fahrer raus. Gute dich Matthias bitte. So. Siehst du diese Lippasäule da hinten? Rechte Straße hinten? Ja. Ein paar Meter da unten. Da kommt sie drüben. Ich hab den Appeler. Ich hab den Appeler. Einmal hinter uns. Straße folgen vom Verlauf. Rechte Straße rechts von der Smoke. Da ist so eine kleine Lippasäule. Wenn du da rechts davon eine HAI reingeben könntest, da hängen sie an der Ecke. Ja, ich hab keine HAI reingeben, aber ich... ...wüsste es immer noch nicht wichtig. Okay, 1, 2, 3, ja. Guck mal, da rechts läuft einer. Bunker voraus, rechts. Gibt mal an das rote Backsteinhaus da eine. Rechts von dem Bunker da vorne. Da kommt ein Flieger. Ja, genau, da ist sehr gut. Boah, die war vorbei. Aber die war... ... 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